also ich bin jetzt deshalb nicht beim akw weil ich hatte probleme mit dem safe game musste zwei safe games zurückgehen und habe dann festgestellt die quest die man da bekommt die sind random deshalb habe ich jetzt auch nicht mehr die quest bekommen hier zum akw zu gehen sondern habe hier zwei stadt von dem loki dass ich drei mp5 besorgen muss also mp5 st6 drei stück aber das ist jetzt ehrlich gesagt egal ich spiele mal die hauptpist weiter und dafür quatsch jetzt mal den rogan so wie kann ich mich auf diesen eidolon vorbereiten offensichtlich habe ich den schon getötet ich habe ein bisschen ein bisschen weiter gespielt bisschen gefarmt und offensichtlich habe ich diesen zwei giganten schon und erledigt irgendwo das ist natürlich leicht so gut dann ist diese quest auch erledigt und gehe jetzt mal hoch zu strellok erst sollte eigentlich dann die hauptpist starten was du zu sagen muss nur sagen ich bin fertig first strike da geht es immer noch um diesen eidolon ok ist jetzt mein begleiter wir müssen aber noch bis ausschaut andere auch noch anheuern dann machen wir das mal so wo ist der ist da drinnen so wir sind fertig let's go ok jetzt habe ich auch dieses dieses graus gewerbe kommen was ich aus dem labor besorgt habe und ein bisschen muni bei wir müssen jetzt aber auch noch ihn hier stitch kommt auch mit so wissen fertig los geht's also das heißt wir müssen jetzt wohin derjenige und auf uns so dann machen wir das mal schnelles save game hier ja gut dann klein wir die mal weg die kommen von da hinten irgendwo seh ich doch schon was hier da muss noch einer im gebüsch sein und ein in die bärme die kommen doch steht der immer noch ok das war der letzte wo kann lieber 50 einschlägt da wächst kein gras mehr gut so wir müssen jetzt wohin in den westteil von probiert ok das heißt wir laden jetzt mal exakt nach westen zum übergang und dann kommen wir vermutlich genau hier raus ok das ist hier da wo die straße zum stadion ist ok und der hockt in diesem gebäude wo auch regulär die monoliter drin hocken ja gut dann ist es so gab es schon verluste sind alle drei da ich sehe nur zwei wo ist der dritte der ist noch in der bude da hinten drin nein der wird schon kommen schauen wir uns mal die knallköpfe an die hier gerade ärger gemacht haben das ist ein schnork der interessiert mich weniger das dürfte einer von denen gewesen sein der muss interessantes dabei hat ein m249 bin mir nicht sicher ob ich das schon habe ich nehme auf jeden fall mal mit inklusive dem zeig und ich nehme euch auch mal mit sooo dann gibt hier drüben eine was beglückst du mich das kann man mitnehmen die granate auf jeden fall das das die sache das eventuell noch das interessiert mich eigentlich jetzt weniger da wäre ein granatwerfer dran die kann man mal abmontieren und einpacken und vielleicht auch den schalldämpfer weil ich das wahrscheinlich alles schon zigmal habe in der kiste hast du was interessantes granate geld minitin patch der rest ist auch interessant aber jetzt sind alle drei da sehr schön was der schön ist hier das nur mit das nur mit das ist Müll das können wir noch mitnehmen so was haben wir hier money patch gut dann drückt hier noch einer rum so granate das können wir mitnehmen das auf jeden fall den patch noch das wollte ich nicht patch wollte ich gib mir den patch warte so die knarre die ist zwar gut aber die habe ich schon mitnehmen also wir müssen exakt nach westen nach nach norden gehen das kann ich ganz hin hauen aus nach norden gehen macht doch keinen sinn also wir gehen direkt nach westen westen ist ist die richtung ungefähr hier 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 hin so Nicht direkt voraus, da hinten irgendwo. So, hier rechts müsste es gleich sein. Und da ist er auch schon übergangen. Ne, das war nur ein Ruckler. Das hier soll scheinbar der Übergang sein, oder wie? Hm? Spiel. Lass mich wechseln. Hier rein? Ach, hier ist der Übergang. Okay. Dann geh mal halt hier unten rein. So, oh, wir starten hier in dem Haus. Okay. Wo geht's raus? Okay, das ruckelt hier wie sauer. Nicht schön? Um Himmels Willen. Hört das auch mal aufzuruckeln hier? Wow! Okay, das ist gerade fast unspielbar hier. Was ist denn hier los? Okay, hier bin ich. Alles klar. Noch so ein Viecher? Na klar. Na klar. Oh. Strinok, schieß! Oh, erst mal heilen hier. Oh, flucht die Scheiße. Blut ich noch oder was? Blut ich, blut ich scheinbar noch. Äh. Da ist noch so ein Vieh irgendwo. Das ist das Vieh. Das ist das. Drecksviecher. Und da ist die Scheiße. Okay. glaube ich das schon mal die eine waffe ausstatten weiß nicht genau wo ich die brauch so wo sie denn das ist die homerien ist die schon geladen ist geladen wo wir hinmüssen sind jedenfalls ein haufen vier hier da läuft das fieber was ist so 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 Was ist das? Das war's für heute. Geht man nicht so weit weg. Kommt jetzt auch noch ein Blowout? Das darf das nicht wahr sein, oder? Ja dann. Stürme mal die Bude. Muss sowieso in Sicherheit. Autschie. Oh oh. Autschie. Oh scheiße, ist das der, der, diese besondere hier? Fuck. Was ist das? gerade ziemlich chaotisch hier wenn man nicht mal sicher ob ich bin mir nicht mal sicher ob ich hier gerade sicher bin